benutze die rohbomben und wenn es der einzelne angel of death hoch zu jürgen die den netz bekommen let's go ich weiß auch gar nicht warum ist denn hier so ein großer krieg zwischen der lust und menschloft also sorgen wie ein hintergrund abschluss was sind die sich einfach weil es zwei verschiedene gruppen sind oder habe ich auch noch nicht ganz gecheckt weil das ist immer eine möglichkeit ich hatte jetzt zuletzt übrigens auch mal um das einfach mal kurz mit zu erwähnen mir überlegt da ist ja nach der story von gta 4 the lost and damned und episodes von liberty city wahrscheinlich noch mal ja alles in bezug auf gta 6 vorm release von gta 6 aber auch noch mal die story von gta 5 zocken will und vielleicht noch mal die den online modus ein bisschen anzocken da weiß ich aber noch nicht welchen umfang ich das machen will das war hier kurz gucken was das sind für eine scheiße perfekt noch mal kurz den nächsten markieren der sei direkt hier unten wieder da schaut man mich weiß in welchem umfang ich das machen will habe ich mir halt schon mal so ein bisschen angeguckt am liebsten natürlich auf konsole normalerweise weil das mit dem online modus geiler ist weil es ja weniger hacker gibt und so was weil man da einfach mit mehr leuten aufspielen kann problem ist nur halt das aufnehmen ich hatte früher mal eine elgato die war ganz nice die ist dann ich glaube die habe ich sogar noch aber ich weiß nicht mehr ob die funktioniert und mittlerweile gibt es ja auch neuere modelle wo man auch bisschen bessere qualitäten bekommen kann das ist halt richtig krank wie teuer das ganze gelung so ich muss ja mal ganz kurz gucken über diesen abgebogen die haben verarscht man kann aber auch ich glaube man kann nicht irgendwie in der richtung werfen wo man den werfen will ansonsten weißt du was schieße ich einfach das war also ganz ehrlich mit diesen rohbomben dass das funktioniert nicht so wie ich mir das vorstelle deswegen einfach abknallen dann geht es auch klar er hat der punkt auf den ich hinaus wollte ist auf ps5 beziehungsweise auf konsol allgemein ist halt nicer und man war einfach mehr möglichkeiten auf hat aber auf dem pc ist halt deutlich einfacher das aufzunehmen deswegen bin ich mir da noch nicht ganz sicher eins von beiden wird es denke ich mal auf jeden fall werden weil ich habe schon bock da noch mal auch in gta online ein bisschen rein zu gucken aber ich muss halt wirklich sagen die das zeug zum aufnehmen das ist ist alles ein bisschen teuer so oder man muss das ist einfach gefallen lassen okay das hätte ich auch vorher machen könnte ich hätte auch einfach ausschießen können und dann die dinger hochjagern können das wäre viel einfacher gewesen als sie so unterwegs also auch sofort raus zu jagen johann job done my man those deadbeats ain't a problem and you introduced me to your new friends yeah malik and deshawn are good guys no bullshit apart from the hair dryers they ride seriously man you should start using the brothers more now that you're in charge give terry or clay a call if you ever need some help on club business ok terry und clay das ist quasi wie bei gta 4 mit train wo man die hilfe anfordern konnte das werden wir diesmal auf jeden fall probieren in irgendeine mission wenn es mal passt jetzt möchte ich aber gerne mal den waffen werden von terry anrufen einfach ein bisschen munition zu besuchen weil das ist schon wieder mit der ak und der munition ein bisschen kritisch gerade für so größere reichweiten ist es ist schon ganz günstig aber da muss eine maschinengewehr hat so terry hat uns elisabeth akrat geschrieben johnny ich habe mit deinem freund geredet und er meint dass du arbeit brauchst er schickt morg auf bei trifft mich bei meinem apartment list her das heißt sie können wir dann auch noch mal besuchen aber vorher brauche ich ganz dringend mal das munition für die die ak wir hätten jetzt auch am war direkt hier am waffen geschäft halten können aber ich glaube wir kriegen immer ganze munition und die waffen allgemein bisschen bin sogar hier so am besten wieder nicht anrempeln weil dann verpisst das ist wie das letzte mal das war nicht so geil so erst meine schutzweste einsammeln wir haben sogar 10.000 ich muss aber ganz ehrlich sagen die ak recht mehr für moment man wissen munition einsammeln granatwerfer wieder nicht das letzte mal schon wird der uns wieder weggenommen dafür haben wir noch genug munition eine halb tausend ist schon krass teuer das noch mal auf jeden fall noch mal ein bisschen munition mit wo ist denn hier die genau die automatik pistole dann immer auch noch mal ein bisschen was mit das ist immer ganz nice falls wir mal für andere waffen keine munition mehr haben jetzt überlege ich präzisionsgewehr muss ich ehrlich sagen nutze ich eigentlich fast nie das dann nämlich lieber die ak oder sonst irgendwas granaten gut ja mit sie oben das kann ich mir eigentlich auch schenken aber wir nehmen noch mal hier zwei schuss mit dafür dass wir so wenig geld verdienen ist zu wenig geld haben ist das schon krass toll ja ansonsten reicht das erst mal auch ein mann so jetzt würde ich sagen aber direkt weiter überhaupt story wenn es mal passt gehen wir mal in der zweiten insel gucken was das ist für ein symbol dort unten ist was das ist wer das ist weil man sagt mir jetzt nichts und es scheint auch nicht zur haupt zurück zu gehören wenn ich mal kurz drüber nachdenken weil normalerweise die haupt story mission werden ja immer wie jetzt bei elisabetta oder bei jim mit den buchstaben direkt gekennzeichnet deswegen es wird wahrscheinlich nur eine nebenmission sein aber ich mich interessiert es trotzdem wir werden es dann trotzdem mal versuchen und mal gucken wer es ist so jim was ist denn hier los hey here comes the big man gentlemen hey what's your plan you spoke to that fat fuck brian he wants to sit down call a truce brian wants a truce yeah fuck that let's go get him that's what i thought you'd say let's do it drifte ich mit brian an den docks ok ich habe schon wieder auf der minimap gesehen dass der einer irgendwie hinten abgeschlagen war ja feiere ich nicht so kann ich jetzt eigentlich auch die formation auslösen also kann ich jetzt quasi auch wie billy die formationen auslösen und mit einem hp oder sowas durchbescheren oder passiert das hier ganz automatisch aber da ja jungs habe ich forscht keine salir von Gott 96.000.000.000.000 keine jungen Tweedle Dumb and Tweedle-Fucking-Dumb! Fuck you. Billy was always good to you and you ratted him out! Billy's a one-way SOB and he don't give a shit about the ropes. No, uh-uh! Yeah, you think Billy would stick his neck out for you? You're dumber than I thought! You're dumber than I did! You're dumber than I did! I knew you'd say that! Just KNEW you'd say that! You're so predictable, Johnny Little Dickowitz! What a baby! And your babysitter, Billy, is on the inside now, so it's bedtime for you, motherfucker! That's your call to, boy! Get the fuck out of town! You're the one taking a nap! Put these assholes on the ground, brothers! Finde ich aber auch nett, dass die immer warten, bis wir an Deckung sind, bevor die schießen. Das ist... freundlich. Boah, schalt die einfach mal rein, ne? Die fahren ja immer schön vorbei. Das tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Warte mal kurz. Ganz ehrlich, ich hab doch hier die Rohrbomben, ne? Warum zieht man da nicht mal eine? Na, perfekt. Danke dir. Klasse. Junge, er kommt zu einer Schießerei mit einem scheiß Messer. Das wollte ich jetzt gar nicht... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig hier. Dann geht's mal. Dann geht's halt weg. Oder nicht? Geil, Jungs, ne? Also, seid ihr bitte dumm, oder was? Der packt wieder ein Messer aus. Was? Wieso ist Jim jetzt... Ja, bitte nochmal, versuchen. Aber warum ist er jetzt gestorben? Was habe ich... Habe ich den jetzt gerade gepickt? Ne, der ist aus dem Auto ausgestiegen. Diese Scheiße ist verdammt. Hau! Hau! Lass uns diese Scheiße raus, Johnny Boys! Wir haben mehr Freunde in diesem Bett! Hallo, ich... Ja, ich komme wieder nicht zwischen dem Motorrad und der Palette vorbei. Moin, schön. Du musst hier bisschen aufpassen, ne? Dass man nicht zu nah an diese Pässe fährt. Oder läuft. Wir waren deine Brüder! Du musst da sein, was du fürst. Du musst da sein, was du fürst. Du musst da sein, was du fürst. Clubhouse, das werden wir dann genau zu uns verraten. Du bist da, oder? Du bist da, oder? Du bist da, oder? Dort hinten ist immer noch einer, ne? Okay, jetzt! Wir sind da, oder? Wir sind da, oder? Wir sind da, oder? Ich bin da, oder? Dasesque sabe ich, welche Weißen irgendwann zu verdienen. Dann wir noch nicht ran 이�hen. W faço wer то du kein Schmerzen gehen per Bub AC? wo ist Funk sag mal, wie viele Leute sind der eigentlich oder wie viele arbeiten für den, was ist denn das? Upsi Ist das wieder sowas, wo ich den nicht erledigen kann oder was? Oder treffe ich einfach nicht? Ja, komm mal! Spin it man, we can't lose them! Ich sage nicht, dass wir alle das ist, die die Alternative des Alderney, Mann. Wir brauchen die Zahlen, Mann. Wir brauchen die Brüder. Und das ist was wir da, was wir haben. Du, ich, Angus, Terry, Clay, Brüder. Aber kann es sein, dass wir gerade die halbe Lost irgendwie auseinandergenommen haben? Junge, Halb, Pat und Frank sind alle tot? Hä? Äh, warum, wieso, weshalb? Also, weiß ich jetzt nicht. Also entweder bin ich echt scheiße und kriegst nicht hin, die halbwegs zu beschützen. Oder es ist so gescriptet, ich weiß es nicht mal. Also, keine Ahnung, aber muss man die Mission so schnell zocken, dass die keine Möglichkeit haben zu sterben oder was? So, ich verstehe das nicht ganz. Ja, aber gut, es ist so, wie es ist. Auch, dass gerade schon wieder Jim einmal gestorben ist, habe ich jetzt auch nicht so ganz geblickt, was da passiert ist. Ob da irgendwie von, also ich habe nur gesehen, dass die beiden jetzt, also die anderen drei Typen quasi, von dem Bus überfahren wurden, von dem Van. Aber scheinbar sind die da auch direkt tot, wenn die da einmal erwischt werden. Aber es kann auch sein, dass das einfach gescriptet ist, das weiß ich auch nicht. Also, dass bei manchen Missionen dann einfach so ein, zwei Leute sterben. Boah, nee, was ist mir schon wieder los? Stau oder was? Weil normalerweise, wenn du so eine Mission erfüllst und die Leute überleben, dann steigern die ja quasi ihre Fähigkeiten. So, wie ich das mitbekommen habe. Aber wenn die halt jedes Mal sterben, sobald die eine Mission mitmachen müssen, ist es ja kompletter Scheiß, oder? Also, wir haben jetzt gefühlt noch fünf Leute, oder fünf Mitglieder in unserer Gruppe. Und den nächsten wollen wir jetzt auch noch irgendwie umbringen, den Grind. Naja, gut, das wird schon irgendwie schief gehen. Aber mich interessiert es auch einfach, was unten auf der Karte dieser Mann ist. Ob das ein Nebentwest ist, ob das irgendwie zur Hauptstory mitgehört. Das werden wir jetzt einfach mal rausfinden. Haben wir jetzt dafür eigentlich Geld bekommen? Sag mal, ich muss mal kurz hier ins Hauptbund gucken. Jetzt sieht man das bei Info, Statistik, nee. Ach doch, unten links. Ja, 4700 Dollar haben wir. Also irgendwie, ne, mit dem Geld haben wir es ja nicht so dicke. Das war bei Nico ein bisschen anders. Da wussten wir aber immer gar nicht, wohin mit dem Geld. Aber wirklich jedes Mal, wenn wir Munition oder sonst irgendwas kaufen, haben wir danach direkt auch nichts mehr. Aber liegt halt auch daran, dass wir bei den Missionen an sich gar nicht so viel bekommen. Ne, das hier... Jetzt ist er blau, das heißt, das ist eine Nebentwest. Das muss eine Nebentwest sein. Und hier ist doch quasi auch dieser Goldberg, oder? Das ist ja egal. cleanig! Okay.